In Ordnung, das ist genug für heute. Eure Mama ist sicher müde. Nachdem sie den Mond erobert hat. Lass sie ausruhen. Ausruhen, wenn man so viel verlorene Zeit aufholen muss? Ach, ich habe meine Jungs. Und mein Bruder? Augenblick, wo ist Donald? Er macht gerade eine entspannende Fernreise. Oh, statt seine Schwester willkommen zu heißen. Muss schön dort sein. Jungs, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass es mir leidtut, dass ich je einen Fuß in das Raumschiff gesetzt habe. Ich wollte euch nie verlassen. Oder eure ersten Schritte verpassen. Oder das Töpfchentraining. Wartet, ihr geht allein auf die Toilette, oder? Was ich sagen will ist, ein Jahrzehnt lang habe ich jeden Tag gekämpft, um zu dieser Familie zurückzukehren. Und ich werde jeden Tag dafür kämpfen, ein Teil von ihr zu sein, wenn ihr es wollt. Aber ich... Natürlich! Wir sind wieder eine Familie. Ich habe euch so vermisst. Ihr habt es verdient, die beste Mama zu haben. Und ich werde ab jetzt die beste Mama für euch sein. Wer will Kuchen? Ja! In die Küche! Die anscheinend jetzt hier drüben ist. Habt ihr umgebaut? Bei dir will Kuchen! Gäste! 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 Einfach so. Herzlichen, internationalen Rede wie ein Pirat-Tag. Ich habe so viele Meilensteine und Feiertage verpasst. Ich werde das alles heute wieder gut machen. Ich wusste nicht, was ihr mögt, also habe ich alles gemacht. Lustig, alle sind mein Lieblingsnachtisch. Guter Instinkt, Mama. Tja, ich esse abends eigentlich kein Zucker, aber da dies alles besondere Anlässe sind... Du hast Flan gemacht. Ich bin ja auch eine flantastische Mama. Oh, du meine Güte. Unsere Mama ist urkomisch. Jetzt ist es mir eine Ehräuche, eine wahre Della Cartesse zu präsentieren. Woher hat sie nur diese Tricks? Oh Mann, jetzt sind sie zu zweit. Seht her, mein klassischer Feuerwerkskuchen. Es ist ein gewöhnlicher Kuchen, aber voll mit Knallbrause. Die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Weil die Regierung nach den vielen Klagen behauptet hat, sie wäre nicht zum Verzehr geeignet. Das klingt nach einer Herausforderung. Ach was, das ist unglaublich. Das ist immer das Gleiche. Mama, sieh nur. Ich lege gerade den Turbo ein. Das läuft ja richtig klasse. Oh, meine Güte. Yes. Ich lege da.